So dann der Bastelzeit und heute spielen wir mal wieder Belastung, also so künstliche. Ich hatte vor einiger Zeit mal das Ding hier gezeigt. Das ist eine elektronische Last. Das heißt also ein Gerät, mit dem man absichtlich Strom quasi verschwenden kann. Er wird in dem Fall hier in Hitze umgewandelt und dann der Kühlkörper gekühlt. Das hat einen relativ einfachen Grund. Normalerweise geht es ja eher darum, dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Energie verloren geht in Aircodes. Hier geht es darum, möglichst genau Energie zu verlieren. Einfach mit dem Hintergrund, naja, dann können wir Dinge messen. Hier kann man es ja eventuell schon erkennen, Amperestunden, Wattstunden. Das Ding hier ist gedacht zum Beispiel, um Akkus zu testen. Das heißt also, wenn wir so einen Akku haben, können wir dann testen. Hier steht zum Beispiel was drauf von 600 mAh. Könnten jetzt hier eine definierte Last abnehmen und dann gucken, kommen wirklich 600 mAh raus oder hat uns entweder der Hersteller da übers Ohr gehauen oder ist die Batterie einfach nur alt. Das sind Dinge, die man damit machen kann. Andere Sache ist zum Beispiel auch Effizienzberechnungen und ja, die stehen bei mir gerade auf dem Programm. Ich würde gerne ein paar tun. Die Sache ist, das Ding hier, das ist zwar gut für so, ja, um mal was zu basteln. Da kann man halt anschließen hier seine Last. Stellt ein, was man haben will und startet und dann passt das schon. Aber wenn man mehr Messungen machen will, dann wird das relativ flott unübersichtlich. Und ich habe noch eine zweite elektronische Last hier rumliegen. Die habe ich mir vor über einem Jahr wahrscheinlich mal gekauft und noch nie ausgepackt. Hey, jetzt habe ich ja mal Bedarf. Können wir ja mal tun. Holen wir mal die Kiste. So, das wäre das Ding hier. Ja, wie wir eventuell erkennen können, bisschen größer. Das hier ist DL24 Color Screen Bluetooth Data Transmission Digital Control Curve Load Meter. Ja, User Manual nicht. Zusammengefasst, das Ding hier macht im Prinzip dasselbe, aber hat noch Bluetooth mit dabei. Und wir haben ja letztens schon bei meinem USB Power Meter gesehen, Bluetooth kann man zum Glück halbwegs sinnvoll irgendwie auch am PC darstellen. Nehmen wir mal das hier auseinander und gucken, was wir kriegen, was wir denn davon benutzen können. Vor allem auch wie. Und schauen am Schluss dann mal, ob man das, oh, da sind sogar Messkabel dabei, ob man das irgendwie mit unserem PC und so verbunden bekommen. Und das Hauptgerät. So. Okay, genug ausgepackt. Gucken wir erstmal durch, was wir kriegen. Blauen Zettel. Was ist das? Electronic Load Wiring Diagram. Two-Wire Method. Four-Wire Method. Das ist gut zu wissen, dass hier auch Four-Wire unterstützt wird. Four-Wire heißt im Prinzip, die Leitungen, die wir zum Last draufgeben benutzen und die, die wir zum Messen benutzen, können unterschiedlich sein. Hat einen großen Vorteil. Und zwar so einen Draht, der hat halt auch einen gewissen Widerstand. Den würden wir normalerweise ja mitmessen. Und wenn wir Vier-Draht-Messungen benutzen, dann kann das rausgerechnet werden und wir kriegen genaue Ergebnisse. Interessanterweise ist das Ganze aber auch noch mal hier auf diesem wunderschönen Manual drauf. Das heißt also, ja, ist halt doppelt. Manual auch in irgendwas, was zumindest auf den ersten Blick nach Englisch aussieht und vermutlich Chinesisch. Okay, nicht sonderlich lang, aber, ne, ist jetzt auch nicht so problematisch. Wir haben hier ein Adapterboard dabei und zwar von den Pins auf, ja, müsste eine 2,5er DC-Buchse sein. Ein Mini-USB, ein Micro-USB und ein USB-C. Das heißt also, wir können damit auch irgendwie so USB-Sachen testen. Nice to know. Einen bösen Adapter von irgendwas, was Euro-Stecker sein könnte auf flach USA. Ich schätze, dann ist hier auch ein Netzteil drin. Gucken wir mal. Übrigens hier auch ein User Manual QR-Code drauf. Gucken, ob das mehr ist. Und Tatsache, wir haben hier ein Powerbrick mit dem US-Stecker. Was haben wir hier? 110 Volt bis 240 Volt. 50, 60 Hertz, 12 Volt. Bei einem Ampere gibt's raus. Und Center-Positive. Hurray, besser ist das. Gut, weiter im Programm. Der kommt dann natürlich hier dran, wenn man das wirklich sich antun möchte, so zu benutzen. Ich meine, hey, es ist CE drauf, ne? Ihr kennt das Spiel. Gut, last but not least unsere Messkabel-Dings hier. So ein bisschen Plastik eingewickelt worden. Bin ich kein großer Freund von. Was ist das? Okay, also wir haben einmal die hier. Das sind einfach ein paar Kroko-Clips, wenn wir uns irgendwo dran klipsen wollen. Dann haben wir diesen Stecker hier. Das ist ein vermutlich NTC, ein Temperaturfühler. Ja, genau. Wenn wir hier gucken, hier gibt's auch eine Beschriftung NTC. Okay. Und wir haben ein USB-Kabel. Das ist Mikro-USB. Das geht hier dran. Und, oh. Okay. Gucken wir mal gleich weiter. Erstmal die Messkabel hier auf Seite. So, das sieht besser aus. Und hier haben wir unsere Last selber mit einem Gummiring drüber. Ich hoffe, der hat nichts kaputt gemacht hier. So ist der eigentlich hier. Macht keinen Sinn. Okay. Ja, was unschwärzt zu erkennen ist, wir haben einen sehr, sehr großen Lüfter hinten. Das scheint auch so CPU-Lüfter-like zu sein, wenn man sich den anschaut. Ist auch ein dreipoliger, also mit irgendwie Tacho-Rückmeldung. Langsam kriege ich hier, okay, ich blieb nicht mehr ganz durch. Wenn wir von der Seite reingucken, sehen wir eventuell hier unten drin, da ist irgendwie so ein Transistor. Das ist dann wohl unsere Last. Hier ist es auch groß drauf. Dann stellen wir aber auch relativ schnell fest, wenn wir von der Seite drauf gucken, dass das Board eine sinnliche Kurve hier macht. Da hat es jemand mit dem Festschrauben wohl etwas gut gemeint. Oder es ist ein Transportschaden. Naja, nicht schön. Wir haben hier oben den Anschluss für den Lüfter. Haben hier unseren Stromeingang Power 12 Volts. Und das ist das, was mich gerade so ein bisschen irritiert hat, weil wir haben hier auch nochmal einen Anschluss. Und der ist nicht wirklich beschriftet. Keine Ahnung, was der dann tut. Auf der anderen Seite haben wir noch einen MOSFET hier. Und im unteren Bereich dann unsere ganze Logik. Auch alles nur einseitig. Was haben wir denn hier? Was wir erkennen können? Wir haben hier diesen großen Block. Das ist, wo wir unsere Last am Ende anschließen. Wir haben hier den Anschluss für den NTC, eine USB-Buchse, Micro-USB. Und daneben haben wir irgendein Windchip-Head. Das heißt also, es könnte sogar sein, dass wir das Ding seriell an den PC anbinden können. Ob das eine gute Idee ist, steht an anderer Stelle. Denn, naja, die Dinger sind halt dann elektrisch verbunden und PC elektrisch zu einem Messgerät. Kann Probleme machen. Haben noch den Hinweis über 36 Volt. Please pay attention to safety. Das sollte man besser immer tun. Und was wir eventuell hier groß erkennen können. Etwas größeres Display als die sieben Segment-Anzeigen von dem anderen, den ich so hatte. Auch noch ganz gut sichtbar ist der Hauptcontroller hier, den man anscheinend abgelasert hat. Ich tippe ja mal auf irgendwie so ein STM32 oder ein Klon. Haben sogar noch mehr Chips dabei. Die kann ich jetzt so direkt nicht zuordnen. Müssten wir mal gucken. Das hier dürfte was mit Bluetooth zu tun haben. Einfach weil hier ist eine PCB-Antenne da drüber. Und die geht genau da rein. Und der hier, Quarz daneben, könnte irgendwas sein. Entweder für den Bildschirm oder wirklich nochmal speziell zum Messen. Ein paar Messwiderstände hier. Ein Buzzer, der jede Menge Krach machen kann. Und das war's, denke ich, soweit erst mal. Von der Rückseite auch gut zu sehen. Man hat hier mehr oder weniger das Board komplett durchgelöchert. Sodass da auch ein bisschen Luftzug durch das Board dann existieren kann. Einfach um nochmal ein bisschen besser zu machen. Wir haben hier ein On-Off-Button. Hä? Okay. Keine Ahnung, was das heißen soll. Hier steht halt On-Off. Und ich wüsste nicht, was hier On-Off ist, weil hier unten ist Start. Achso. Der Knopf ist auch On-Off. Ja. Gut. Äh. Nochmal den Input erläutert. Und ja. Gut. Ähm. Ich würde sagen, ich schnappe nochmal gerade die Anleitung. Geh mal kurz drüber, ob hier irgendetwas ist, was wichtig erscheint. So. Ähm. Die Spezifikationen. Die Spannung, die wir testen können, ist 2 bis 200 Volt. Der Strom bis zu 20 Ampere. Wobei die Discharge Power 150 oder 180 Watt ist. Je nachdem, was für ein Modell wir haben. Ich weiß gar nicht, was ich hier für ein Modell habe. Steht das irgendwo? Oh doch. Äh. Der Aufkleber hier. DL24. Also das ist die Variante mit 150 Watt Maximum. Wobei das auch einen Stern dabei hat. Also es kommt natürlich darauf an, was wir denn da wirklich am Ende am Energie rausholen, wie die Temperaturen im Raum sind und so weiter und so weiter. Ja. Gut. Ähm. Hier ist dann auch nochmal erklärt, das hier ist der Output to the Standard of Instrument Calibration Constant Current Load. Äh. Okay. Ähm. Ja. Ansonsten, das hat man alles soweit schon erkannt. Und es gibt auch hier die Applikation E-Underscore-Test. Womit man wohl am Computer oder am Handy das Ding machen kann. Okay. Äh. Aber wie gesagt, ich werde mir da eh was selber bauen. Dann holen wir mal hier unseren Todesadapter. Wobei er jetzt gar nicht mal so schlimm aussieht. Äh. Und hängen das ganze Ding mal an Saft. Mal gucken, was dann passiert. Mal gerade gucken, ob wir hier auch etwas haben, was halbwegs sicher aussieht. So. Äh. Eingesteckt ist. Es ist noch nichts in die Luft gegangen. Dann stecken wir den mal hier oben ein und gucken, ob er angeht. Klingt gut. Ja. Ähm. Erster Blick. Display ist sehr blickwinkelabhängig. Weiß nicht, ob es auf der Kamera, wird man es nicht so sehen. Also halt auch jetzt. Das hier ist das, was ich sehe. Und ich habe mich gerade gewundert, warum hier so eine freie Fläche ist. Aber wenn man dreht, sieht man, da steht dann durchaus noch was. Was haben wir denn für Angaben? Voltage, Current, Power, Resistance, Energy, Capacity, Timing, External Temperature, Cut-Off Voltage, Time Discharge. Und wir haben ein Bluetooth-Symbol. Hier hinten blinkt es auch schon so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es der Kamera rüberkommt. Aber da ist auf jeden Fall etwas blau am Blinken. Und blau heißt ja normalerweise Bluetooth. Und äh. Ja. Ähm. Sieht eigentlich mal gut aus. Wir können jetzt mal den externen Temperatursensor noch dran dübeln hier. Ob er das erkennt. Den mal hier rein. Aktuell haben wir ja External Temperature. Keine Angabe. Wenn ich den jetzt einstecke. Jo. Anzeige kommt. 22, 21. Ja. So ein Dreh. Wir haben gerade gesehen, dass das Display sich nach einer Zeit abdunkelt. Okay. Ähm. Ja. Was können wir denn messen? Was haben wir denn hier, was Strom rausgibt? Wo ist mein Netzteil? Okay. Hier haben wir mal so ein Power Delivery Board. Das ist schon vorbereitet soweit. Und dann machen wir doch einfach mal die hier dran. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So. Äh. Minus war unten. Plus war oben. Ich schätze mal, der kommt dann hier so da rein. Haben wir etwas Passendes zum Schrauben. Das sieht besser aus. Gucken wir mal, wie das geht. Okay. Die sind zu. Das heißt, wir müssen sie aufmachen. Und die sind im oberen Bereich. So sehen die Klemmen normalerweise aus mit diesem Käfig. Und wenn man die aufdreht, kommen die von oben runter. Das heißt also, man muss von oben nach unten die Sachen einsetzen. Im oberen Bereich also hier ansetzen. Gut. Kabel sind dran. Dann klemmen wir mal weiter an. Okay. Ich habe jetzt hier das Power Delivery Board angeschlossen. Wir sehen aktuell haben wir 0,6 irgendwas Volt. Äh, 0,06. Das liegt daran, dass der Stecker noch nicht drin ist. Wenn ich jetzt einstecke, möchte ich hier gerne irgendwas um die 20 Volt sehen. Denn dafür ist das Trigger Board eingestellt. Also machen wir das mal. Und das sieht gut aus. 20,375 Volt. Also man sieht mit Nachkommastellen geizen sie nicht. Ob das auch wirklich so genau ist, steht natürlich auf anderer Seite. Okay. Probieren wir erst mal, was wir hier machen können. Was macht Plus Minus? Okay. Plus Minus stellt hier oben IS ein. Also, welchen Strom wir entnehmen wollen. Wenn ich hier zum Beispiel 0,1 einstelle, würde er 100 Milliampere ziehen. So. Was können wir noch? Ah, okay. Wenn wir das Setup kurz drücken, geht er die Stellen durch. Wir sehen ja, wo unterstrichen ist. Das heißt also, so können wir dann schneller stellen. Setup gedrückt halten wird, ja, okay. CC. CR, CP, CV. Okay. Das ist, um den Modus umzustellen. CC heißt, wir ziehen immer einen eingestellten Strom. C, äh, nochmal. CR heißt, wir machen einen Widerstand nach. Das heißt also, wir ziehen immer so viel wie einen Widerstand mit gleicher Dings stellen. Den wir da haben wollen würde. CP, können wir eine Wattzahl einstellen, die wir ziehen wollen. Und CV, wir stellen eine Spannung ein, die wir erreichen wollen. Und der zieht so lange Strom, bis das das so weit runtergefallen ist. Okay. Können wir noch? Ah, nochmal drücken, macht der Time Discharge. Standardmäßig ist der wohl auf eine Stunde limitiert. Länger lädt er nicht oder entlädt nicht. Und die Cut-Off-Voltage ist jetzt hier auf 2 Volt gestellt. Und damit sind wir wieder oben. Okay. Haben wir noch irgendwas, was wir lange drücken können? Minus. Nein. Plus. Nein. Also Minus und Plus, die gehen einfach nur die Values durch. Und Start, wenn wir den gedrückt halten, kann normal ja nichts passieren. Okay, da sind wir in dem Menü. Englisch. Ups. Englisch oder Chinesisch. Wie gehen wir runter? Okay. Mit dem gehen wir runter. Das heißt, wir haben jetzt hier die Auswahl, die Sprache einzustellen, zwischen Englisch und Chinesisch. Können die Zähler zurückstellen. Current und Voltage Clear Zero. Nullpunktabgleich, würde ich schätzen. Können Referenzspannung für Spannung und Strom einstellen. Also kalibrieren quasi. Die Helligkeit vom Display. Standby-Helligkeit vom Display. Nach 60 Sekunden geht er halt auf dunkler, wie es aussieht. Correction für die interne Temperatur. Correction externe Temperatur. Der Overpower ist auf 185 Watt gesetzt jetzt hier bei dem Modell. Wundert mich, weil der hier kann ja nur 150. Stellen wir den mal ein bisschen runter. Okay. 150. Default Settings und Exit. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, wir fangen mal an. Stellen wir mal 100 mA ein und fangen an zu ziehen. Was passiert? Okay. Ja, doch. Er zieht 100 mA. Entspricht 2 Watt. Und ja, läuft alles. Wieder aus. Gehen wir hoch auf 500 mA. 500 mA. Okay. 10 Watt. Und eventuell kann man es hier oben am Rand sehen. Der Lüfter läuft auch los. Und was passiert, wenn ich jetzt hier im Betrieb hochstelle? Okay. Geht er auch hoch. Das heißt, wir können im Betrieb auch hochstellen. So, gehen wir mal auf 2 Ampere hier. Und 2 Ampere, 40 Watt. Kein Problem. Was kann denn das Netzteil hier? Lasst mal schauen. 3,25 Watt Ampere. Jetzt haben wir alle Maßeinheiten durch. 3,25 Ampere bei 20 Volt. So. Also. Machen wir mal. Ups. Ne, das war aus. 3,2. Na komm. Überlasten wir den mal. 60 Watt. Das ist das, was er können soll. 3,3. 3,4. 3,5. Uh. Ja, das Netzteil hat jetzt nicht wirklich ein Problem damit, mehr Strom zu liefern, als es offiziell darf. 4 Ampere. Da hat es ausgeschaltet. Das war der Überlastschutz. Wir sehen jetzt hier Cut-off Voltage unter 2 Volt. Hat 0,7 Wattstunden oder 35 mAh in 1 Minute 13 geliefert. Und ja, die Spannung ist einfach weggebrochen, weil wir das Ding so überlastet haben. War irgendwie zu erwarten. Gut, äh, gehen wir mal wieder ein bisschen runter. Machen wir mal hier einfach 1 Ampere. Lassen wir mal laufen. So, 20 Watt. Sauber. Wobei, gehen wir mal auf einen anderen Modus und sagen einfach hier Constant Power. So. Ich hätte gerne Constant Power 20 Watt an und ja. Ja, ungefähr bei 20 Watt pegelt er sich ein. 0,98, 0,99 Ampere. Ist da natürlich ein bisschen weniger, weil wir sind ja auch ein bisschen überlastet. Aber 20 Watt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist hier oben. Wir haben das Bluetooth-Symbol. Dann schnappe ich mir mal ein Handy und gucke, ob ich da etwas finde. Hier war ja eine App genannt. Wie hieß das? Okay, Android Mobile Phone Scanning the Code. Dann holen wir mal den QR-Code, der hier drauf ist, wo User Manual steht. Lasst mich raten, ihr wollt mir wieder irgendeine unsignierte APK unterjubeln. Äh, ja. Ach, und das Ganze landet auf einem Mediafire-Gedönse. Mit jeder Menge DLs. DL24, DL24P. Klingt, Moment mal, zurück. PCB. DL24PCB Installation Manual. Okay, nee. Ich dachte gerade, dass da irgendwie ein PCB-File dabei wäre. Aber anscheinend nein. Gut. About the Computer Online Manual Software. PC Software. Uh. I-Meter APK. Ja. Es gibt tatsächlich eine APK. Phone App. U-Meter. Mobile Android APK. Ja, es sieht irgendwie genauso aus wie das Ding, was ich schon hatte. PC Software sehen wir auch einen, ähm, CH340, CH341 plus eine Software. Das klingt gut, auch wenn das alles, ähm, Windows-only ist, wie es aussieht. Aber immerhin, es gibt irgendwas. Und das User Manual ist wahrscheinlich das, ja, was wir haben als JPEG. Do not, please. So, ich suche mal nach E-Meter oder, äh, wie hieß das andere? E-Meter oder U-Meter, ob es die auch irgendwie im Playstore gibt. Und, äh, es gibt eine E-Test. Hm, nicht ganz. Aber versuchen kann man es ja mal. Und wie war die andere? Sieht nicht so aus. Na gut. Ja, gut, ähm, die App aus dem App Store, die klappt ungefähr so gut, wie man sich das vorstellt. Sie stürzt beim Öffnen ab. Äh, okay. Ich glaube, wir kommen dann nicht weiter. Unsignierte App von irgendwelchen Mediafire-Accounts. Es steht jetzt nicht unbedingt auf der Liste von Dingen, die ich installieren möchte. Gucken wir mal nebendran, wie es bei den Apfelgeräten aussieht. Da haben wir die Info, dass, äh, die E-Underscore-Test-App die richtige ist. Verbindung zum App Store nicht möglich, ja. Funktioniert ja wieder hervorragend. Ah, hier haben wir das E-Test-Dienstprogramm. Überraschung, das ist doch dasselbe Icon, was ich auf Android gesehen hatte. Mhm. Ich möchte Bluetooth verwenden. Ja, das macht irgendwie Sinn. Und DL24BLE ist also auch ein Bluetooth-Gerät. Die LED leuchtet jetzt hier dauerhaft. Und 20 Volt, 0,988. Also, unter, zumindest mal hier unter iOS funktioniert das Ganze. Leider genauso gut wie beim letzten Mal. Es ist halt dieselbe App. Das heißt also, Ups. Nein, ich wollte nicht umstellen. Ja, prinzipiell funktioniert es. Aber wir sehen halt hier, die Skala geht bis 150 Ampere und 300 Volt. Und ich kann halt nicht zoomen, außer hoch und runter. Und Ah, das ist leider alles suboptimal. Es ist schade, dass man hier nicht was einstellen kann. Aber prinzipiell, wir sehen ja, es funktioniert. Dadurch, dass es aber dieselbe App ist, suche ich mal einfach meine Software, die ich für den USB-Tester benutzt habe. Vielleicht klappt das ja. Wobei, wir können ja mal nebenbei unter Android noch mal gucken. Connecting, Discovering Services, Unknown Service, RFE 0, Unknown, Unknown, Unknown. Und hier kommen Daten auf jeden Fall rein. Also, sieht ähnlich aus. Okay. Also, prinzipiell schon mal nutzbar. Hier aus. Oh, wird direkt ruhig. Ah, okay. Temperatur ist nicht so hoch. Wir sehen ja auch Internal Temperature 25 Grad. Ich schätze, das bezieht sich auf den Kühlkörper. Will ich jedenfalls hoffen. Man hat eventuell auch so ein bisschen hoch runter gehört. Also, er macht hier mit dem Lüfter auch eine temperaturabhängige Drehzahlregelung, wie es aussieht. Und, ja, gut. Ich werde mich wohl mal hinsetzen und dann hierfür auch noch irgendwie eine Software schreiben. Yay. Und, oh, ich habe hier ESP Home Artwatch DL24 gefunden. Das ist von Sebastian Muczynski, würde ich schätzen. Und das ist für ESP Home. Das nutze ich normalerweise nicht. Das kann man schön mit Home Assistant so integrieren. Aber, ja, Control some Artwatch Metas via Bluetooth. Das klingt gut. Mal hier ein bisschen runtergehen. Dann sehen wir hier schon, wie es aussieht in Home Assistant. Wir kriegen dann hier unsere ganzen Informationen. Ja, klingt gut. Und Supported Devices. Artwatch DL24. Das heißt, ich kann mir wahrscheinlich da ein bisschen was abgucken. Wenn wir ein bisschen weiter runtergehen, Supported but untested Devices. Artwatch J7C. Offensichtlich kann das Ding auch mein kleines Bluetooth USB-Meter hier einbinden. Nice to know. Also, wenn man ESP Home hat und irgendein ESP32 Board, dann funktioniert es wohl. Und man kann es direkt hier so benutzen. Und wenn man Dinge abgucken kann, ist das natürlich immer ganz toll. Also, an der Stelle hier ein großes Danke an Sebastian. Wenn ich richtig sehe, der Einzige, der hier an dem Projekt gearbeitet hat für diese Arbeit. Denn das spart mir jetzt eine Menge Reverse Engineering. The magic of open source. Hooray! Okay, dann schauen wir mal, wenn ich jetzt hier mein damaliges Python-Skript für diesen J7C-Starter. Da kommt No Target Device Found. Kein Wunder, war ja auch speziell für den J7C programmiert. Aber, wenn Internet sagt, das müsste hiermit auch gehen, dann probieren wir das mal. Gehen wir mal durch, ob ich hier nochmal irgendwie rausfinde, wie zum Geier man das benutzt hatte. V Increase Verbosity. Dann machen wir mal 5 mal V. Mal gucken, was er so sagt. Using HCI. Und jetzt müssten wir eine Liste bekommen. Ja, hier ist der DL24 BLE. Das klingt gut. Dann können wir im Prinzip ja dem einfach hier sagen, äh, mach mal bitte auf Device, Target Device Make Address, die Adresse hier. Connecting und First. Es kommen Daten an, aber sie machen nicht ganz Sinn. Also, die Voltage 20,0, äh, 2,0, 3 Volt. Naja, wir haben 20,377. Die ist also anscheinend einfach nur um eine Stelle verrutscht. Capacity 17 mAh. Wir haben 178, anscheinend auch um eine Stelle verrutscht. Runtime kann ich jetzt nicht zuordnen, aber irgendwas kommt. Found Device hier. Hier suchen wir nämlich nach dem UC DLE und was haben wir gesagt, wir wollten DL24 BLE, wenn ich richtig im Kopf habe. Found Compatible Device und hier kriegen wir unsere Daten. Wunderschön. Das heißt, ich habe jetzt hier schon mal eine Info, was wo ist. Protocol Design. Nice. Magic Header. Den sehe ich nicht. Doch, hier, da. FF55. Da ist unser Magic Header. Dann kommt der Message Type. 01 ist ein Report. Okay. 03 ist die Payload. 02 Device Type. Okay, 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 okay. Langsam verstehe ich was. Dann Voltage. 3 Byte. 1, 2, 3. CB. Divide by 10. Klappt das? Probieren wir das mal. Das ist Hexadezimal CB. Wäre ein Dezimal das hier. Divide by 10. Ja, wenn 20,3 Volt. Nicht der genaueste Wert, aber 20,3 Volt kommt hin. Also es scheint fast so, als ob tatsächlich hier das Protokoll Design genau das ist, was ich gesucht habe. Das ist eine Goldgrube, muss ich sagen. Gut, ich mache mal hier die Offsets dann hier in meinen Code rein. Gucken wir mal, was rauskommt. Ah well, immerhin, wenn wir hier gucken, ich habe meine Spannung, meinen Strom, die Leistung und ein paar ausgerechnete Werte wie hier Resistance. Ist alles nicht ideal. Bei der Spannung zum Beispiel gibt es nur 19,9 Volt. Wenn wir hier gucken, 19,938, also der ja zwei Stellen mehr. Strom 3,26, 3,2 irgendwas. Ich glaube, die eine Stelle ist aber übermittelt, die zeige ich noch nicht an. Das heißt also, ein bisschen Auflösung verlieren wir bei der Spannung. Leider. Ansonsten auch hier unten 530 Milliampere Stunden. Das sind eigentlich 539. Ich kriege es nur auf 10 Milliampere Stunden genau rein. Energy muss ich mal gucken. Das ist auf 10 Wattstunden genau, wenn ich das richtig sehe. Muss ich gleich mal die Formel noch ändern, dass das richtig anzeigt. Runtime stimmt, Temperatur stimmt. Alles nicht ideal, weil halt die Auflösung nicht so toll ist wie auf dem Display. Aber ich denke, für meine Zwecke sollte das ausreichend sein, um dann ein paar Statistiken anzufertigen. Insgesamt, ja, das Ding würde ich in dieselbe Kategorie wie den J7C einordnen. Prinzipiell funktioniert es sehr gut bisher, zumindest im lokalen Interface. Die Apps, die vom Hersteller mitgeliefert werden, nun, bei mir haben sie entweder gar nicht funktioniert oder sind von der Bedienbarkeit so schlecht, dass man es nicht haben muss. und, ja, das, was er Richtung PC ausspuckt, hey, immerhin kommt da irgendwas raus. Wie man jetzt sieht, auch ansonsten ist jetzt hier die ganze Zeit 65 Watt am Ziehen, der wird jetzt seit 10, 15 Minuten laufen, ist bei einer Temperatur von 35 Grad oder was sind es da, 36. Also ich kann den Kühlkörper noch anfassen, das funktioniert alles relativ gut. Das heißt, so größere Lasten scheinen da kein Problem zu sein. Wobei realistisch gesehen, ich werde relativ selten da so große Lasten drüber fahren. Das ist mehr für Kleinkram, was man so im Mobilbereich fährt. Gut, ich würde sagen, damit ist das Ding hier soweit für mich einsatzfähig. Ich kann meine Messungen machen und bisher sieht es so aus, als ob das Ding hier das tut, was es soll. Ich werde relativ schnell auf den Kühlschrank in der Kühlschrank nicht mehr zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020